Ich freue mich riesig, dass ich eine von sechs Kandidatinnen bin, die am diesjährigen Sports Awards nominiert ist in der Kategorie MVP. Für mich ist das eine riesengroße Ehre und ich würde mich freuen über jede Stimme von euch, die ihr ab heute abgeben könnt. Ausgestrahlt werden Sports Awards am 11. Dezember am Abend auf SRF 1.